Heute geht es um das Thema Griffe bzw. Kleine Küche. Bei eurer Küchenplanung müsst ihr ganz, ganz viele Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung wird sein, ob ihr eine Küche mit Griffen haben möchtet oder eine grifflose Küche. In diesem Video geht es um die Vor- und Nachteile von beiden. Wir fangen mal mit den grifflosen Küchen an. Kommt mal mit. Hier sind wir in einer grifflosen Küche. Eine grifflose Küche von der Wahrnehmung wirkt minimalistisch, clean, modern. Bei Kleinküchen ist es so, dass wenn man keine Griffe hat, die natürlich auch entsprechend größer wirken. Es gibt verschiedene Systeme, wenn man keine Griffe haben möchte. Auf der einen Seite könnte man hier so Schubladen haben, wo man hier reingreifen kann. Das heißt, unterhalb der Arbeitsplatte gibt es einen Hohlraum, wo man dann entsprechend mit der Hand die Schublade bedienen kann. Es gibt aber auch andere Systeme, sogenannte Push-Systeme. Push-Systeme bedeutet, dass man einfach hier, zum Beispiel wie bei diesem Oberschrank, hier einfach drauf drückt. Dann geht der Oberschrank auf und man kann sozusagen da Teller etc. auch rausholen. Oder wenn man den Kühlschrank auch mit dem Push-System aufstartet, sieht man hier, wie der Kühlschrank automatisch ausgeht. Ein Nachteil ist es, dass die Flächen natürlich immer angefasst werden. Das heißt, Fettflecken, Wasserflecken etc. sieht man auch an den Schränken. Nachdem wir in einer Küche waren, die keine Griffe hatte, sind wir jetzt in einer Küche, die entsprechend Griffe hat. Und, wie man hier sieht, Küchen mit Griffen können auch sehr, sehr modern wirken. Was haben wir hier? Wir haben hier rote Fronten, schwarze Griffe, eine schwarze Rückwand und ein dunkles Kochfeld, was natürlich in dieser Küche sehr, sehr peppig wirkt. Das heißt, Griffe sind Optik. Mit Griffe kann ich Akzente setzen in meiner Küche und die Küche zu einem Hingucker machen. Ein Nachteil ist, wenn man Kinder hat und man hat Griffe, die eher so zum Reingreifen sind, dass natürlich Kinder diese Schubladen einfacher öffnen können. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, wie unterschiedliche Griffe sein können, haben wir eine kleine Auswahl zusammengestellt. Jetzt waren wir in einer Küche, wo wir keine Griffe hatten und wir haben uns auch Küchen angeguckt, wo Griffe dabei sind. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn du dich für eine Küche mit Griff entscheidest, ist ausprobieren. Im Küchenstudio gibt es oftmals so eine Griffwende und hier könnt ihr wirklich ausprobieren, welcher Griff euch am besten gefällt. Weil am Ende ist es ein Gefühl, ob ihr mit dem Griff die nächsten 10, 15 Jahre arbeiten wollt. Wenn du mehr Informationen haben möchtest oder wissen möchtest, wie viel deine Traumküche kostet, geh jetzt auf möbel.de.sashküchen und finde es einfach heraus.